Ja, moin, hi, schön, mich zu sehen. Ja, wir sind hier in 2. Mose 20. Wir haben die 10 Worte gelesen und auch, ja, letztes Mal hat Peter gepredigt über das, was danach kam. Und da ging es ganz stark einfach um Gottes Gegenwart auf diesem Berg und die Verängstigung des Volkes und dass die Leute wirklich sich gefürchtet haben. Und es war, die Gegenwart Gottes auf diesem Berg war jetzt, ja, es war jetzt erstmal irgendwie nichts Anziehendes in dem Sinne, sondern eher etwas, ja, Verängstigendes, Überwältigendes, Ehrfurchtsgebietendes. Und, ja, es war so, in verschiedenen Situationen, so wie ich das wahrnehme, hat das Volk gesagt, Mose, mach du das bitte. Ähm, wir, ja, bitte rede du mit Gott. Ähm, und das Volk, wie gesagt, hatte Angst, hat sich gefürchtet. Und, äh, jetzt kommt Vers 22. Und, äh, bei mir ist so die Überschrift, das Altargesetz. Und, ähm, ja, das ist jetzt noch so das Ende hier von Kapitel 20 und kommt hier direkt nach den 10 Worten. Das ist eigentlich ganz spannend, warum, oder, ja, grundsätzlich, ne, warum steht etwas wo? Äh, warum wird etwas an welcher Stelle gesagt? Hier kommen wir jetzt halt zu diesem Altargesetz. Gott sagt wieder etwas zu Mose. Da sprach der Herr zu Mose, Du sollst zu den Söhnen Israel sprechen. Ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr nicht, sollt ihr euch nicht machen. Einen Altar aus Erde sollst du mir machen. Und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir aber ein Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behaune Steine aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Erstmal, ich weiß nicht, wie oft ihr oder wie viel euch schon mit dem Thema Altar beschäftigt habt. Ich habe ein bisschen mit mir selber gerungen, ob ich jetzt eine ganze Predigt über Altäre mache. Aber ja, ich werde das jetzt einfach machen, weil es ist schon spannend. Und da können wir uns ruhig heute Abend einfach kurz Zeit für nehmen. Und ich werde das auch wirklich nicht abschließend, das ganze Thema Altar, irgendwie mit euch anschauen. Denn das ist dann doch ein sehr großes Thema, weil es dann letztendlich auch hineingeht in die Stiftshütte und dann in den Tempel sozusagen, wo es dann auch ganz besondere Altäre gab. Wir beschäftigen uns heute aber mit diesen Altären oder mit diesem Altar, von dem Gott hier zu Mose spricht. Erstmal sagt Gott, du sollst das den Söhnen Israels sagen. Wir wissen jetzt nicht so genau oder es ist tatsächlich umstritten, ist das hier eine Anordnung, die nur Mose betrifft. Also sagt Gott hier, Mose, du sollst mir ein Altar bauen und wenn du mir ein Altar baust, dann mach ihn bitte so. Und da gibt es eigentlich nicht viele Einschränkungen. Also aus Erde oder halt aus unbehaunen Steinen. So, wie der aussieht und so, welche Beschaffenheit, welche Höhe, welche Breite, das spielt erstmal gar keine Rolle. Erstmal nur diese zwei ganz einfachen Sachen, entweder aus Erde oder aus Stein. So, die Frage ist aber, an wen geht dieses Gebot? Geht das an Mose? Geht das an, wir könnten jetzt überlegen, geht es an die Priesterschaft, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt, aber die jetzt sozusagen entstehen wird, die Gott sozusagen benennen wird? Ist es für sie ein Gebot oder ist es für das ganze Volk? Ist es für jeden einzelnen Israeliten? Also lieber Israelit, wenn du ein Altar baust, dann baue ihn doch bitte aus Erde, oder aus unbehaunen Steinen? Es ist nicht ganz klar. Natürlich, oder ich meine, was wir hier lesen ist schon, Gott sagt zu Mose, sagt das den Israeliten. So, also sagt das den Söhnen Israels. Es klingt schon so ein bisschen, als ob das für alle wichtig war. So, für jeden Israeliten. Mose sollte es allen sagen, damit alle Bescheid wissen, wie in den Altar gebaut wird. Und wie gesagt, das ist nicht kompliziert. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Aber, bevor, beziehungsweise, wir sind ja noch eigentlich gar nicht am Anfang beim Altar, sondern bevor es um den Altar geht, aus Erde oder Stein, geht es erstmal um die Götterbilder. Um die, ja, Götter aus Gold oder aus Silber. Und das ist eigentlich das Erste, was Mose sagen soll. Und da gibt es auch eine ganz spannende Connection, die ich gefunden habe. Aber erstmal sagt Gott, ihr habt selbst gesehen, dass ich vom Himmel her mit euch geredet habe. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen. Und auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Ist jetzt natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie betone ich hier diesen ersten Satz? So, ist es so, ihr habt selber gesehen, dass ich euch vom Himmel her gesagt habe, dass ihr diese Dinger nicht machen sollt? Oder ist es, ihr habt selber gesehen, dass ich euch vom Himmel her gesagt habe, dass ihr das nicht machen sollt? Also definitiv haben wir in dieser Sinai-Situation Gott, der vom Himmel kommt und das, was er dem Volk sagt, ist vom Himmel. Es ist der Gott, ja, dessen Herrschaftsbereich der Himmel ist oder die Himmel, ist im Hebräischen immer mehr Zahl, aber auch die Erde natürlich. Also es ist der Gott des Himmels und der Erde, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat aber vom Himmel her geredet mit den Israeliten und hat vom Himmel aus gesagt, sie sollen sich keine Götter aus Silber und keine Götter aus Gold machen. Also die Israeliten haben, das hat Jörg und Peter eindrucksvoll und der Text selber beschreibt es äußerst eindrucksvoll, sie haben den lebendigen Gott erlebt. Und zwar in einem Maße, dass es sie schon überwältigt hat. Und das ist nur die Sinai-Situation. Vor dem Sinai haben sie Gott auch in unglaublicher Weise erlebt. Gott hat sie rausgehauen aus Ägypten, rausgepaukt mit diesen Plagen, die Gott auch Wunder nennt, die er an Ägypten und am Pharao getan hat. Dann hat er sie durch das Schilfmeer geführt. Also diese ganze Exodus-Geschichte ist ja voll dem Wirken Gottes. Gott ist immer wieder am Wirken und ja, hilft den Israeliten, befreit sie, geht ihnen voran, ist aber auch hinter ihnen. Gott ist einfach da. Und jeder müsste bis jetzt eigentlich verstanden haben, ja, dieser Gott, dieser Ich-bin-der-Ich-bin, dieser Jahwe, das ist ein lebendiger Gott. Und das ist unser Gott. Der lebt. Der kann reden. Der ist da. Der ist mächtig. Der ist stark. Aber die Götterbilder, und das ist ein Thema, was immer wieder durch die ganze Bibel eigentlich durchgeht. Die Propheten greifen das sehr stark auf. Die Götterbilder können nicht reden. Die sind stumm. Das ist echt immer wieder ein Thema, was die Propheten eigentlich so anmerken. Teilweise mit Schadenfreude, sogar mit Spott. Teilweise auch wollen sie ihre Landsleute wachrütteln und sagen, hey, was habt ihr mit diesen Götterbildern? Die sind stumm. Die geben euch doch nichts, diese kleinen Figürchen. Oder größeren Figürchen. Und Gott sagt hier nochmal, also er wiederholt das, hat das in den zehn Worten auch schon gesagt, macht euch nicht diese Götzenbilder. Und ich glaube, wir haben hier diesen Kontrast. Das ist der Gott, der lebendig ist und redet, aus dem Himmel sagt, macht diese Götterbilder nicht, diese stummen Götter. Die haben euch nichts zu sagen. Die können euch nichts sagen. Ich bin der lebendige Gott. Ich habe euch etwas zu sagen. Aber dann ist da noch ein ganz spannender, anderer Aspekt. Immer wenn es um Götterbilder geht, und die Israeliten werden ja auch noch total versagen, genau in diesem Punkt, das ist ja so spannend, weil das hier sehr stark in den zehn Worten, in Kapitel 20, sehr stark betont wird, keine Götterbilder. Und was machen sie als allererstes? Ein Götterbild aus Gold. Also sie machen genau das, was eigentlich ganz, ganz stark hier schon am Anfang Gott eigentlich nicht von ihnen möchte. Warum? Vielleicht, weil es irgendwie uns Menschen so nahe liegt. Vielleicht haben wir so einen unglaublichen inneren Hang dazu, irgendwie uns ja, ein Bild von Gott zu machen, ein Bild von den Göttern zu machen, irgendwie dem Kind eine Form zu geben, nicht einen Namen, aber irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Wie muss ich mir Gott vorstellen? Wie sieht dieser Gott, wie sieht dieser Yahweh aus? Vor allem, weil alle anderen Götter haben ja sozusagen ein Aussehen gehabt. Die Israeliten waren da ja, also der Gott der Israeliten, Yahweh, war ja sehr, also darin sehr eigen, dass er nämlich gesagt hat, bitte kein Bild von mir. Ja, die anderen Götter hatten alle ihre Instagram-Accounts, ja, die haben ständig, ne, die haben ständig Fotos von sich hochgeladen und die Likes eingesammelt. Also, es gab, glaube ich, keinen Gott im Nahen Osten, da in diesem ganzen Bereich, der sozusagen gesagt hat, bitte kein Bild von mir. So, ja, wenn du einen Gott hattest, wusstest du auch ungefähr, wie sieht der Typ aus? Wie sieht denn dieser El aus, den du anbetest? Ja, kann ich dir sagen, der hat so einen Bart und so eine Mütze auf und hat so einen Stock. Ja, oder wie sieht dieser Madok aus, den du anbetest? Ja, Madok, kann ich dir direkt beschreiben. So safe. Jeder konnte seinen Gott beschreiben. Jeder konnte dem anderen sagen, wie sieht mein Gott aus? Und das war bestimmt auch was, also das hat ja auch was Emotionales, wenn ich etwas sehe, wenn ich mir Madok angucke oder El oder, ich weiß nicht, nicht, ob ihr mal so alte Götterbilder angeguckt habt in euren dicken, fetten Bibel-Lexikas, die ihr zu Hause rumstehen habt oder Bildbänden. Die Bibel hat doch recht, so ein ganz alter, bekannter Schinken, den ich noch von meiner Großmutter geerbt habe. Aber trotzdem cool, macht das mal, das ist super spannend, wie die ganzen Völker um Israel herum ihre Götter sozusagen sich vorgestellt haben. Und das war ja auch wichtig, denn in diesen Bildern hat man die Attribute der Götter gesehen. Also so ein bestimmter Gott hatte so eine Art, wie gesagt, Stock zum Beispiel und ist auf so ein Boot gefahren. Ich weiß gar nicht, war vielleicht sogar Madok, keine Ahnung. Das heißt, so hat man den immer gemalt. So sah der aus, der war auf seinem Boot, der hatte seinen Stock und das hatte auch was zu bedeuten. Das waren ganz wichtige Symbole, das hat etwas über diesen Typen gesagt. Was sein Auftrag war, was sein Wesen war, das hat man alles in diesem Bild gesehen. So, und jetzt kommt hier dieses Völklein aus Sklaven, diese Hebräer, und die haben irgendwie gar kein Bild von ihrem Gott. Die sagen, da gibt es so ein Yahweh, das ist unser Gott, den hat schon unser Urgroßvater Abraham angebetet, dann hat ihn Isaac, sein Sohn, angebetet und Jakob auch. Unsere Vorfahren haben den Yahweh schon angebetet. Ja, wie sieht denn der aus? Sag mal. Ja, keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Weißt du, kein Bild, keine Tonfigur wenigstens, irgendwie was. Keine Ahnung, dann gibt es ja diese ganz für uns verrückten Götterbilder, was weiß ich, irgendwelche Fruchtbarkeitsgöttinnen, die so solche Kurven haben und keine Ahnung, aber dann so klein und jeder, also man hatte sowas, glaube ich, auch teilweise einfach zu Hause. Das lesen wir auch in der Bibel öfter mal so. Sogar, lesen wir gleich noch, sogar Jakob hatte so ein paar davon rumfliegen. Das gehörte so zum guten Ton. Das war ganz normal. Und jetzt sagt Gott, aber ihr nicht. Ihr nicht. Ihr als Einzige macht euch bitte mal kein Bild von mir. Ich bin der Gott, von dem es kein Bild gibt. Das war schon äußerst strange. Und damit muss man erst mal klarkommen, mit so einem Glauben, der einfach auch strange ist. Und irgendwo klingelt es vielleicht bei euch, ein bisschen ist es ja bei uns auch so. Viele Leute finden ja auch die Dinge, die wir teilweise tun, strange. Komisch. Die Dinge, an die wir glauben, sind oftmals, ja, nicht mehr unbedingt mainstream. War es vielleicht mal, aber es ist nicht mehr normal, dass Leute das heute noch so glauben und annehmen. Damit mussten Israeliten aber immer mal wieder leben. Sie sollten ja eigentlich auch keinen König haben. Auch noch so eine komische Sache. Kein König. Kein Bild von ihrem Gott, kein König. Sehr seltsames Völkchen, diese Israeliten. Damit muss man erst mal klarkommen, dass man so seltsam ist. Dass alle einen komisch finden. Dass man bestimmte Dinge eben nicht, ich würde dir ja gern, ja, will zeigen, wie er aussieht, aber ich kann es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Sorry. Ich darf kein Bild von ihm machen. So, hey, komm schon. Nein, darf ich nicht. Ich glaube, das war auch eine große Versuchung, das zu tun. Und wie wir sehen, die Israeliten sind ja immer wieder eigentlich da, ja, reingefallen auf diese Versuchung und haben dem immer wieder auch nachgegeben und haben Gott ein Bild gegeben. Haben ihrem Gott. Das ist ja das Verrückte. Das goldene Kalb sollte keine andere Gottheit sein. Es sollte Yahweh sein. Sie haben gesagt, guck mal, dieses Kalb, das ist der Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Gott sagt, nein, das bin ich nicht. Nein, ich sehe nicht aus wie eine Kuh. Ja, es ist hart, dass wir kein Bild von Gott haben. Es ist hart. Aber es stimmt gar nicht. Das ist der Witz dabei. Es ist völlig falsch. Wir haben nämlich ein Bild von Gott. Und zwar ganz schön viele Bilder von Gott. Hier direkt vor mir sitzen einige davon. Das ist das Geile. Ich brauche keinen Götzen machen. Ihr sitzt hier schon direkt vor mir. Nicht, dass ihr meine Götzen seid, aber ihr seid Gottes Ebenbild. Jeder von euch. Das heißt, wenn ich ein Bild von meinem Gott brauche, muss ich nur euch anschauen. Dann habe ich schon mal ein paar Leute, habe ich schon mal einen gewissen Eindruck. Ihr seid Ebenbilder Gottes. Und auch nach dem Sündenfall, der mich Noah, es gibt dieses Gesetz bei Noah über Totschlag. Und da sagt Gott, das Blut eines Menschen darf nicht vergossen werden, weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Das ist nach dem Sündenfall. Also auch sogar der sündige Mensch hat etwas von der Ebenbildlichkeit Gottes noch da. Wir sind immer noch das Ebenbild Gottes. Natürlich nicht mehr in Reinform und nicht mehr so, wie wir sein sollten und teilweise ziemlich verdrehte, komische Bilder von Gott. Aber wenn du das Ebenbild Gottes suchst, dann macht dir keine kleine Goldfigur. dann schau einfach in das Gesicht deines Nächsten. Und so ähnlich hat Jesus das ja auch gesagt. Das lesen wir doch in 1. Mose, oder? Da machte Gott den Menschen zu seinem Ebenbild. Und das Wort, was da benutzt wird für Ebenbild, ist genau dasselbe Wort für kleine Figur, Götterfigur, die im Tempel steht. Das ist total verrückt. Aber Gott macht sozusagen sich ein Götterbild von sich in Form eines lebendigen Menschen, ein lebendiges Bild. Ist das nicht herrlich? Und er setzt es in seinen Garten Heiligtum, der Garten Eden, sein Heiligtum, sein Tempel sozusagen, der Ort der Begegnung. Dort setzt er dieses Bild von sich hinein. Und das ist Adam, Adam und Eva. Das ist verrückt. Also keine goldene kleine Kuh, das ist nicht Yahweh. Wenn wir schon nach Ebenbildern suchen, dann sollten wir einfach einander anschauen. Und vor allem den ganz wahren Adam, Jesus Christus. Jesus Christus ist in besonderer Weise nochmal das Ebenbild Gottes. In ganz besonderer Art und Weise, in Perfektion. Das wisst ihr selber. Aber wenn wir Jesus angucken, dann sehen wir den Vater. Jesus ist der wahre Mensch sozusagen. Er ist wirklich, ja, der Mensch, wie ihn Gott sich vorgestellt hat. Ein guter Mensch. Ein Mensch, der Gott wirklich vollkommen widergespiegelt hat. Unser Herr Jesus. Also, keine Götterbilder aus Gold brauchen wir gar nicht. Ist überhaupt nicht nötig. Völliger Unsinn. Gott hat selber ein Bild von sich gemacht. Wir müssen das gar nicht machen. Wir können das auch gar nicht. Wie gesagt, wenn wir anfangen, Gott zu machen, wird nichts. Gott kann höchstens nicht selber ein Ebenbild machen. Aber wir können das nicht. Wir dürfen das nicht. Wir sollen das nicht. Das geht einfach nur in die Hose und wird peinlich. Also, und dann kommen wir zu diesem Altar. Ein Altar aus Erde sollt ihr mir machen. Also, anstatt ein Götterbild zu machen, macht mir doch einfach ein Altar. Aus Erde. Witzigerweise, dieses Erde, dieses Wort für Erde ist ja Adama, glaube ich. Sind wir wieder schon bei Adam und den Ebenbildern und den Götzenbildern. Also, wenn du schon was machen willst, dann mach ein Altar für mich. Mach ihn einfach aus Adama. Mach ihn aus Erde. So wie ich damals Adam gemacht habe. Mach ein Altar aus Erde. Du kannst keinen Menschen aus Erde machen. Du kannst mir kein Ebenbild machen. Mach mir einfach ein Altar. und das ist ein ganz einfacher Erdaltar. Das ist halt einfach wirklich, du nimmst Erde und machst sie zu einem Haufen. Vielleicht klopfst du sie noch ein bisschen fest an den Seiten. Hast du so eine erhöhte Erhöhung aus Erde. Ein Erdaltar. Wirklich ganz einfach, simpel, kann jeder machen, wenn Erde da ist und sonst nimmst du einfach Steine. Steht nicht wie viele Steine, steht nicht wie groß, wie klein. Mach einfach sonst ein Altar aus Steinen. Also, Mose soll, Mose, der selber ein Erdling ist, soll ein Altar aus Erde machen, auf der Erde, um dort Tiere, Erdtiere, also Landtiere, da zu bringen und Gott zu opfern. Weil dieses Wort Adama kann halt auch für Land benutzt werden. Also es ist Land, Erde, Acker, Boden, also es ist ein sehr vielseitiges Wort und deswegen komme ich hier auf diese Landtiere. Er soll, Gott sagt hier, du sollst mir Schafe oder Rinder da bringen, das keine Fische jetzt, also keine Wassertiere, Landtiere. Also es ist alles sehr erdig hier bei diesem ersten Altar, dieser Erdaltar und ich denke auch, die Steine sind sehr, ja, es ist alles, eigentlich alles, was da ist, soll benutzt werden für die Anbetung Gottes. Was bedeutet jetzt Altar? Dieses Wort Mitzberch bedeutet, das ist ein bisschen, wird verschieden ausgelegt, aber es bedeutet wahrscheinlich Stelle, an der das Schlachtopfer vollzogen wird. Also ein Altar ist einfach die Stelle, an der das Schlachtopfer vollzogen wird, da wo ein Tier geschlachtet wird und Gott dargebracht wird. Es kann aber auch was mit Verbrennen zu tun haben, das Wort, also Ort der Verbrennung oder so. Kann auch sein, denn es wurden da, ja, auch ganz viele Brandopfer dargebracht, das heißt, Tiere oder Teile von Tieren wurden verbrannt, den Göttern oder Gott zu Ehre. Es haben natürlich nicht nur die Israeliten Altäre gebaut, es haben alle möglichen Völker Altäre gebaut und haben auch allen möglichen Göttern geopfert. Das heißt, du konntest auf irgendeinen Hügel gehen in Kanaan, im Land Kanaan und hast da vielleicht ein Altar stehen sehen und wusstest erst mal gar nicht, okay, für wen ist dieser Altar? Ist es ein Altar für Yahweh, ist es ein Altar für Baal, ist es ein Altar, was weiß ich, für Ehe und was weiß ich, was da alles noch für Götter verehrt wurden und eigentlich immer so auf diesen Höhen, ihr kennt ja den Begriff Höhen, oder? Kommt immer wieder vor im Buch Könige und so weiter, Salomo selber hat auf Höhen auch auf einem Altar Gott Opfer gebracht, obwohl Gott das eigentlich nicht so gut fand und eigentlich das auch schon gesagt hatte, bitte nicht. Diese Altare standen meistens auf Hügeln, Bergen und dort wurden die Götter verehrt, aber auch Yahweh wurde dort verehrt. Genau und wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen kurz noch, wer alles Altäre gebaut hat. Lass uns mal anfangen bei Noah. Es haben nämlich diverse Leute diverse Altäre gebaut. Noah, das erste Mose 8, können wir mal lesen, Vers 20, und Noah baute dem Herrn ein Altar, das ist, nachdem die Arche sozusagen gelandet ist, wieder auf dem Trockenen liegt, die Tiere sind ausgestiegen, Noah ist ausgestiegen, und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse, von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir wissen hier auch nicht, aus was Noah den Altar baut, ob er Erde nimmt oder ob er Steine nimmt, aber er bringt ein Brandopfer da und es bewegt Gottes Herz übelst. Das finde ich bemerkenswert an dieser Stelle, dass Gott so hart sich von diesem Opfer, und es ist wahrscheinlich, es wird hier nicht gesagt, ist es ein Dankopfer, könnte ein Dankopfer sein, weil Noah dankbar ist, dass Gott ihn durchgetragen hat und dass jetzt das Wasser weg ist, aber in dem ganzen Kontext ist es wahrscheinlich ein Sühneopfer und es bewegt Gottes Herz. Noah bringt dieses wahrscheinlich Sühneopfer, ja, um Schuld zu bekennen, um ja, um letztendlich Sühne zu erwirken, wenn ihr so wollt, er opfert Gott und es bewegt mega Gottes Herz und Gott sagt, ey, ich werde den Erdboden nicht nochmal verfluchen. dieses Opfer, nur dieses Opfer, dass Noah, ja, dass Noah an diesem Zeitpunkt dieses Opfer bringt, bewegt Gottes Herz so krass und er hat ein Einsehen mit dem Menschen, das finde ich auch so heftig, er sieht Noah, er sieht das Opfer und er, ja, er hat ein Einsehen, er sagt, ja, der Mensch ist eben einfach schwach, böse, nicht nur schwach, aber er ist böse, es ist einfach so, aber ich bin treu, sagt Gott, ich bin treu, Tag und Nacht, Ernte, Frost, Hitze, das sind all diese treuen Dinge, die Gott schenkt und zusagt, das ist Gottes Segen, also, das ist dieser Altar und dieses Opfer bewegt Gott sehr stark, der erste Altar überhaupt, der erwähnt wird, Kain und Abel bringen ja auch schon Opfer da und wahrscheinlich haben sie auch einfach ein Erdaltar gebaut, aber davon lesen wir nichts, also wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich haben sie die Opfer nicht einfach auf dem Boden so dargebracht, irgendwie in der Feuerstelle, sondern bestimmt haben sie auch schon so einen Erdtisch sozusagen gebaut oder so eine Art Erhöhung, wo sie dann die Opfer gebracht haben, aber das wissen wir nicht genau. Der erste Altar, den wir antreffen, das ist halt hier bei Noah. Dann gehen wir mal weiter zu Abraham und Abraham baute tatsächlich nicht nur ein Altar, Abraham baute viele Altäre. Zum Beispiel in Sichem, das lesen wir in 1. Mose 12, wir blättern jetzt so ein ganz bisschen durch 1. Mose einfach durch, auf der Spur der Altäre. Und wir sind jetzt die Altardetektive. 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zur Städte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaiter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ei im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog weiter nach Süden. Also Abraham baut einen Altar bei Sichem und dann noch einen zweiten oder verstehe ich das falsch, zwischen Bethel und Ei. Auf jeden Fall ist er hier am Bauen und es sind Orte, wo Gott ihm begegnet ist. Also er baut den Altar nicht einfach, wo er will. Er sagt nicht, oh, das wäre eine schöne Stelle für ein Altar, ich baue mal einen. So, nein, es ist ein besonderer Ort, da ist ihm Gott begegnet, hat mit ihm gesprochen und dort baut er den Altar, am Ort der Gottesbegegnung. Dort kommt der Altar hin. Und das war wichtig. Dann baut er in Vers Kapitel 13, Vers 18, baut er noch ein Altar. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, also in der Nähe von Hebron, und er baute dort dem Herrn ein Altar. Also noch ein weiterer Ort in der Nähe von Hebron. Das Ganze war nach der Trennung zwischen Lot und ihm. Lot hat sich entschieden, nach Sodom zu gehen und er baut dort ein Altar. Dann in Moria, der berühmteste Altar sicherlich, den Abraham gebaut hat, ist der Altar, auf dem er seinen eigenen Sohn opfern wollte, in Kapitel 22, Vers 9, ich lese mal Vers 7, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn, und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn, und sie gingen beide miteinander, und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf, dann band er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Wir wissen jetzt hier auch nicht, Steine oder Erde, ich schätze mal Steine, wenn er das Holz drauf tut und seinen Sohn ist ja relativ schwer, gut, aber ich weiß nicht, wie man so den Erdaltar, wie fest das ist und wie viel das tragen kann, genau, und dort möchte er seinen Sohn, er möchte nicht, aber er ist Gott gehorsam und hätte es fast getan, er baut hier diesen Altar, Moria, wisst ihr, ist da, wo jetzt Jerusalem ist, da, wo später der Tempel stand, das war dieser Ort, wo Abraham diesen Altar baute, Isaac baute dann auch ein Altar, Kapitel 26, Vers 23, 1. Mose 26, Vers 23, dann zog er von dort hinauf nach Beersheba und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren, wegen meines Knechtes Abraham und er baute dort ein Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Also hier baut Isaaks ein Altar, spannende Begegnungen in der Nacht, Gott muss sich auch erstmal vorstellen, das finde ich auch für uns vielleicht witzig, aber es ist einfach so, es war mitten in der Nacht, Isaak hat sich wahrscheinlich erschreckt, was ist jetzt los, erinnert mich auch ein bisschen an die Geschichte von Samuel, wo Gott in der Nacht ihn ruft beim Namen und da muss er erstmal sagen, wer er ist, hey, keine Angst, ich bin der Gott von deinem Papa, ich bin nicht irgendein anderer kranker Gott hier, ich bin der Gott von deinem Papa und ja, ich bin bei dir, mach dir keine Sorgen. Ja, spannende Begebenheit war bestimmt nicht ohne, mitten in der Nacht, aber dann wieder der Altar an diesem Ort der Begegnung und Jakob, kommen wir doch mal zu Jakob, dem alten Schlitzohr, 1. Mose 35, der Jakob baute auch ein Altar und hier ist ein spannender Bezug zu 1. Mose 20, das werdet ihr gleich auch sehen, und Gott sprach zu Jakob, Vers 1 von 1. Mose 35, und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort ein Altar, dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Wie gesagt, Gott muss auch immer sagen, welchem Gott, also bau bitte dem Gott, du weißt, dem du damals begegnet bist, nicht irgendeinem anderen Gott und Jakob musste man das sagen, weil Jakob war nicht 100 irgendwie ich bete nur zu Yahweh und so weiter, nee, aber Gott hat gesagt, bau mir einen Altar, ja, du weißt, ich bin dir begegnet, nicht irgendeiner von den kleinen Götterbildern, die du jetzt dabei hast, ich bin dir damals begegnet, wer hat dir damals geholfen, das war ich, wer war von Anfang an mit dir, ich, der Gott deiner Vorväter, also, macht dir dort einen Altar, dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flost, da sagte Jakob zu seinem Haus und allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eurer Kleider, dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren und die Ringe an ihren Ohren hingen und die Ringe, die an ihren Ohren hingen und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. auch wieder super, super spannend. Aber hier ist diese Reinigung, das was wir in 2. Mose 20 sehen, wo Gott sagt, keine Götterbilder, baut mir einfach ein Altar, betet mich an, aber keine Götterbilder und Jakob weiß das. Jakob sagt, okay, alle Götter weg, alle Götter weg, los, sammelt die zusammen und wir vergraben die, weg damit, wir bauen jetzt dem Gott einen Altar, der mir damals begegnet ist, der mir geholfen hat, schon mein Leben lang. Und sie machen das und sie vergraben das in diesem Loch, auch total spannend, unter dieser ganz bestimmten Terebinte, die bei Sichem ist und sie brachen auf und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz, das im Land Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El-Bethel, denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb und sie wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche und er gab ihr den Namen Alon-Bachut. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan-Aram kam und so weiter. Also hier baut Jakob diesen Altar auf den Befehl Gottes hin, auch total spannend. Also das haben wir auch selten, die Situation, dass Gott sagt, baue mir bitte ein Altar und die Person macht das dann auch. Aber wie gesagt, es war hier auch diese, erstmal muss die Reinigung her, erstmal mussten sie die fremden Götter wegtun, die ganzen Götterbilder, bevor sie den wahren Gott anbeten konnten. so. Also, diese Altäre, von denen Gott hier spricht, zu Mose, das sind einfach eben Orte, Orte der Anbetung, Orte der Begegnung, Orte, wo Gott die Ehre gegeben wird, wo darauf hingewiesen wird, dass Gott mir begegnet ist, dass Gott mich gesegnet hat, dass Gott mit mir war. Und diese Opfer sind echt vielfältig, wie gesagt, es geht von Dank bis hin zur Sühne, aber letztendlich geht es einfach immer um Anbetung und um den wahren Gott, um den einzigen, wahren, lebendigen Gott, um Yahweh und dass ihm die Ehre gegeben wird. Und ich lese nochmal hier den Text und genau, dann sage ich noch was zum letzten Vers. Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen, auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Einen Altar aus Erde sollt ihr euch machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meinen Namen werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Okay, das ist spannend, weil Gott sagt hier, wenn du diesen Altar baust, ich komme zu dir. Wenn du mich anbetest, wenn du mir die Ehre gibst, wenn du mir so einen ganz einfachen Altar baust, ich begegne dir. Das finde ich stark. Gott ist der Gott der Begegnung. Gott ist der Gott, der gerne, dessen Herz dafür schlägt, zu segnen. Gott liebt es zu segnen. Gottes Herz ist so stark dafür, sein Volk zu segnen. Gott ist nicht hier irgendwie am Berg Sinai, um jetzt irgendwie den Israeliten so eine Art ganz schlimmes Gesetz zu geben, was sie halt eh nicht halten können, um sie damit in den Wahnsinn zu treiben und ins Verderben und letztendlich ins Exil und so weiter. Nein, Gott ist der Gott, der gerne segnen möchte. Gott ist der Gott, der sein Volk liebt von Anfang an, der es befreit hat, um es am Berg Sinai zu segnen mit seinen Rechtsbestimmungen, aber vor allem eben mit seiner Gegenwart, mit dieser Begegnung. Gott trifft doch an diesem Berg sein Volk. Das ist doch der Treffpunkt. Er hat Mose dort getroffen, im brennenden Dornbusch, da hat der Mose gesagt, hol mein ganzes Volk mal her, ich will die hier treffen. Das hier ist der Treffpunkt. Wir treffen uns hier am Berg. Alles klar? Und Mose sagt, nein, nicht alles klar, aber nach einem gewissen Ringen zwischen Gott und Mose tut Mose es, das Volk ist jetzt da, sie sind am Treffpunkt, Gott trifft sie und Gott schließt, das hat Jörg auch schon öfter gesagt, so eine Art Bund mit ihnen, der vergleichbar ist mit einem Ehebund. Gott sagt, ihr seid mein Volk, mein Eigentum. Das ist so ein Privileg, das ist so ein Segen. Also alles, was Gott hier tun möchte, ist segnen. Und er sagt auch, einfach wenn du mir so einen kleinen Billo-Altar baust, aus Billo-Erde, aus irgendwelchen Steinen, du musst nicht mal daran, du sollst nicht mal daran rummeißeln. Nimm einfach Feldsteine, mach ein Altar draus und ich begegne dir und segne dich, wenn du es ernst meinst, wenn du es von Herzen meinst, das ist ja auch ganz klar aus der Geschichte von Kain und Abel, wenn du es ernst meinst, mit der rechten Herzenhaltung, dann begegne ich dir und segne dich. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, also diese Altare sind eben auch Gedenkorte, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behaune Steine aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Also ganz natürlich sollen diese Steine bleiben. Da gibt es jetzt die spannendsten Bedeutungen für, die ich jetzt alle nicht kenne. Ich habe ein bisschen natürlich was dazu gehört, das kann halt für alles Mögliche letztendlich sprechen. Letztendlich, ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man halt einfach sagt, die Anbetung sollte einfach von Herzen sein, es sollte nichts Manipuliertes sein. Also dieses Steine bearbeiten steht ja so ein Stück weit für das Tun des Menschen. Also Steine behauen, bearbeiten, verzieren und so weiter. Das ist so ein Stück weit menschliche Kraft, menschlicher Wille. Ich muss an den Turm zu Babel denken, wo sie dann diese ganzen Steine gebrannt haben und so weiter und sich da diesen riesen Turm, der interessanterweise auch im Grunde wie so eine Art Altar war, also so eine Art Tempelturm, ja, riesiger Turm, sich gebaut haben, um ja letztendlich irgendwie auch den Himmel zu erreichen, um in diese Sphären vorzustoßen, in denen Gott ist. Und ich glaube, Gott sagt hier einfach nur Steine, macht nichts daran. Manipuliert daran nichts, macht daran nichts, bringt das nicht in irgendeine Form, die ihr wollt. Guckt mal, was ihr für Steine findet, die das Land sozusagen hergibt. Nehmt einfach die Erde, macht nichts mit der Erde, nimm die einfach, bau einen Altar. Wenn du Steine nehmen willst, nimm die Steine, mach einfach nichts dran, nimm die natürlichen Steine, so wie ich sie sozusagen geformt habe. Nimm einfach die Steine, wie sie da sind und bau daraus einen Altar. Fusch da nicht dran rum, mit deinen menschlichen Ideen und so weiter. Das soll ein Altar für mich sein. Und ich weiß es nicht, aber ich fand diese Deutung eigentlich ganz, ja, ansprechend und irgendwie auch sinnig und schlüssig. Könnt ihr ja gerne noch mal ein bisschen privat weiterforschen, was das auf sich hat. Auf jeden Fall baut dann Mose tatsächlich diesen Altar. Das wollte ich noch mit euch schauen. Tatsächlich kommt es dann auch dazu. In Kapitel 24, wenn ihr mal schauen wollt, dann macht er das auch tatsächlich selber. Er baut tatsächlich erstmal auch diesen Altar. So einen ganz einfachen Altar. Kapitel 24, Vers 3. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn, also alle Worte, die er jetzt gerade zu ihm gesagt hat, auch schon über den Altar, und alle Rechtsbestimmungen und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Denksteine nach den zwölf Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer da und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Also, nachdem Gott fertig ist, mit ihm zu sprechen, am nächsten Morgen in aller Frühe baut Mose genau diesen ganz einfachen Altar für Gott. Ganz einfach. Kann jeder machen. Ist nicht schwierig. Und das ist spannend, weil jetzt kommt in den nächsten Kapiteln die Stiftshütte und jetzt wird beschrieben, wie Gott sich diese Stiftshütte vorstellt und die ist halt schon sehr kunstvoll und die ist sehr bearbeitet. Das ist ja ein handwerkliches Meisterwerk, wenn ihr so wollt. Da haben richtige Künstler dran gearbeitet, an dieser Stiftshütte und da gab es auch Altäre und die waren nicht einfach nur so ein Erdhaufen und so ein Klumpen, sondern da war dann schon wirklich eine ganz ganz genaue Vorstellung, die Gott hatte von diesen Altären in der Stiftshütte. Und es ist spannend, hier zu sehen, wie er aber auch trotzdem sagt, hey, wenn ihr einen Altar, so einen einfachen Altar baut, so wie eure Vorväter, die Patriarchen, dann macht das so. Und wenn ihr es ernst meint, ich begegne euch, ich segne euch. Das ist total spannend, auch finde ich, an der Stelle hier, weil es wie gesagt kurz davor ist, bevor das doch alles ein bisschen fancy wird mit dem ganzen Altarkram und so weiter und den Opfern und so, ja, sehr genau dann wird, wie die Opfer dargebracht werden, welche Opfer und so weiter, das kommt dann ja alles noch später. Und dann kommt hier zum Schluss, du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, also der soll jetzt keine Stufen haben, warum? Damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt wird. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, was ist damit gemeint? Es ist letztendlich damit gemeint, wenn der Priester die Stufen zum Altar hoch geht und wenn das so ein Riesending ist, was Stufen braucht, also es muss ja hoch sein, damit man da überhaupt Stufen reinbauen kann, das ist nicht gut, weil dann kann man den Priester unter den Rock gucken und dann sieht man da seine Kronjuwelen sozusagen und das ist nicht gut, die Blöße aufzudecken, heißt halt, ja, du siehst dann halt sein Geschlechtsteil oder was auch immer sozusagen dazugehört und das soll nicht sein. Und das ist zwar auch ein bisschen witzig und so weiter, aber das ist tatsächlich, kommt auch immer mal wieder vor in der ganzen Heiligen Schrift, sogar eigentlich bis zum Korintherbrief kann man fast sagen, dieser Gedanke, wenn du Gott anbetest, wenn du vor Gott trittst, wenn du in die Anbetung trittst, dann tue es auf eine Art und Weise, ja, nicht, dass deine Blöße aufgedeckt wird. Das wird tatsächlich noch ein paar Mal angesprochen werden in der Bibel, dass sich das für Priester eben gehört. Sie mussten dann auch wirklich so einen Unterrock tragen aus Leinen, also so eine Art Unterhose, damit halt genau das nicht passiert, dass nicht aus Versehen irgendwie mal bei der Anbetung was verrutscht und man was sieht. das spricht einfach davon, ja, wenn wir in die Anbetung Gottes kommen, dann soll das auf eine anständige Art und Weise sein, auf eine Art und Weise, wo wir halt einander nicht, wie soll ich sagen, versuchen, was nicht obszön ist, ja, was schwer Worte zu finden, vielleicht hätte man irgendwie gesagt, gesittet ist, oder ja, angemessen irgendwo, so, das ist natürlich jetzt immer eine Frage, okay, in welcher Kultur bin ich und was ist in der Kultur so angemessen, so, ihr wisst, was ich meine, aber hier war es auf jeden Fall ganz klar, komm bekleidet in die Gegenwart Gottes, so. Und das spricht natürlich auch voll krass von diesem Kapitel von Genesis, wo Gott die Nacktheit von Adam und Eva bedeckt, mit diesen Schafsfällen, mit den Fällen, die er, er schlachtet die Tiere und er gibt Adam und Eva Fälle, damit sie ihre Nacktheit bedecken können. Und so ist es letztendlich auch hier, wenn du in die Anbetung Gottes kommst, dann komm bekleidet, dann komm bedeckt. Und ja, so hier der Gedanke mit den Treppenstufen. nochmal im Schluss und das ist, warum sage ich erste Korinther, Paulus schreibt letztendlich auch in einem Kapitel, wie Anbetung in der Gemeinde sein soll, an die Korinther und wie Anbetung auf eine Art und Weise stattfindet, die, ja, die sozusagen anständig ist, damals in Korinth, ja, was als nicht anstößig empfunden wurde und was vor Gott auch eine gute Art ist, Gott anzubeten. Ja, aber, um jetzt zum Abendmahl überzuleiten, was Stefan gleich dann noch richtig machen wird, aber ein letzter Gedanke zum Abendmahl, ähm, unser hoher Priester, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, unser hoher Priester, war am Ende nicht mehr bekleidet. Und das fand ich nochmal krass. als er das größte Opfer dargebracht hat, ja, er war nicht an einem Altar, er hing an einem Kreuz, aber als er an diesem Kreuz hing und für uns, er war dort für uns und hat das für uns getan, da hatte er kein priesterliches Leinengewand an, ähm, und die netten Künstler malen ihm immer noch eine Unterhose, aber man weiß, die hatten keine Unterhosen an, die Gekreuzigten hatten extra keine Unterhosen mehr an, man wollte maximale Bloßstellung, maximale Demütigung, das war der Kreuzestod, man wollte die Leute vor allen anderen bloßstellen, nackt sollte man gekreuzigt werden, jeder sollte deine Scham sehen, jeder sollte das sehen und du solltest dich schämen und du konntest deine Hände nicht davor machen, weil deine Hände waren so, so hingst du, alle haben alles gesehen und das ist für den einen ein schlimmerer Gedanke als für den anderen, aber in so einer Situation ist es einfach schrecklich, also und unser hoher Priester Jesus, wie gesagt, er hat dieses Opfer gebracht, ja, völlig nackt, unbekleidet, gedemütigt und trotzdem hat Gott dieses Opfer angenommen und ja, ich musste einfach an Jesus denken, wie er gestorben ist und wie das überhaupt nicht irgendwie anständig war und überhaupt nicht sittlich oder sondern genau im Gegenteil, es war schrecklich, es war obszön, es war grausam, abartig einfach und ich bin Jesus so dankbar, dass er das trotzdem getan hat und diesen Weg gegangen ist für uns alle, ja, lass uns das doch feiern, dass unser hoher Priester bereit war, diesen Weg zu gehen, ja, Stefan, ach ja genau, wir verteilen, ja. es ist, es ist, es ist,